ich komme vor wie bei dem zeug der gerade eben also an dem goldenen sachen da wo man wo ich jetzt immer bei dem vierer sprung abgekratzt bin und bei den leitern ich meine hier auf den anderen blöcken hast ja noch wenigen was ist denn das ich springe die ganze zeit mann voll kacke ich schwöre gott ja maus kannst du dich mal reagieren danke scheiß mauskabel hier was denn da hat jetzt also jetzt doch noch nach der natürlich doch nicht mit mir auch das ohne scheiß hier als war als er ich mir ist gleich die scheiß Regen völlig egal manche für den Zaun kaputt um die ganze Scheiße noch mal machen ich will es uns öfters probieren zum Kotzen einfach nur auch der war türkig jawoll jetzt auf einmal wo ich sage na ja dann auf einmal das ja super ja ich war direkt beim ersten Oh Gott, Aua, wie soll das jetzt hier gehen? Loll, da war ich kurz dran. Hä? Loll, wie soll das gehen? Hä? Was ist das denn? Ja, ich springe nur noch ruhig, zehnmal gegen die Mauer. Ja, genau. Wenigstens muss man hier nicht direkt wieder so ein scheiß langes Stück laufen. Ah, so. Okay, so. Und so. 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 Oh, ne. Ach du Scheiße. Ja genau. Boah, ich hab grad nicht gedacht, ich bin unten. Scheiße, die anderen. Hier kann man auch wieder hoch. Ah, ne, da muss man wieder in die Leiter springen, ne? Oh, ne. Boah, jawoll, ey, jetzt darf ich schon in die scheiß Leiter springen. Ja, seht ihr, und dann verkack ich. Das ist so logisch. Das war wieder so klar. Warum denn auch nicht? Ja, wenigstens mehr auf einmal, starb ich's, ne? Aber jetzt verkack ich wieder um. Ist ja klar. Kennen wir ja alles. Jawoll. Was? Lol. Man sollte vielleicht nicht springen. Klasse. Nochmal die ganze Scheiße. Jawoll. Mensch. Mensch. Next jumps are very hard, but everyone is possible. Natürlich doch. Mhm. Es ist rein schlack, wenn man mal hier hochkommt. Wie jetzt gerade. So. So. Ja, genau. Und nochmal den ganzen Scheiß. Genauso und nicht anders. Was? Scheiß die Wand an, ey. So. Oh. Wie jetzt? Wenn man an die Wand kommt, springt man höher. Okay. Okay. Nein, nicht sprinten. Oh nein. Was mache ich da für eine Scheiße? Boah, Jean, du bist manchmal so wie hin. Da springe ich auch noch in die Luft. Eigentlich wollte ich sprinten. Und einfach nur nach vorne ins Wasser. Und dann... Ja, das hast du drückt. Aber ich bin schon... Ich bin ja abgesprungen von dem Block. Oh nee. Nochmal die ganze Scheiße. Boah, Leute. Könnt ihr nicht einfach da mal so ein paar Checkpoints hinsetzen, bevor solche Behinderten-Kack-Sprünge kommen. Ganz ehrlich. Also das ist so... Fände ich ganz toll. Sagen wir es mal so. Hm. Oh, leu. Jetzt habe ich auf einmal 60 Frames. Was ist das denn? Aber ich nehme noch auf, leu. Komisch. Normalerweise habe ich jetzt immer so im Schnitt die 30. Oder 25. Das ist, weil hier... Weil ich nur halt hier die Wände vor mir habe. Wenn ich jetzt hier so einen gucken, habe ich nur 28. Ach so. Also, hey. Nichts auf... Freuen irgendwie so mehr FPS. Nee, 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 Jean. Darfst du nicht. Haben. Jawoll. Okay. So. Mach mal vor. Och nee. Jetzt komm. Jetzt ärgere mich aber nicht. Jetzt ärgere mich doch nicht, du scheiß Kack-Sprung. Mein Gott. Natürlich doch. Da schafft man das einmal und dann die ganze Zeit wieder nicht. Das ist unglaublich. Also. Was? Ey, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch voll die Kacke. Ganz ehrlich. Wieso klappt denn der Mist nicht? Oder muss ich da ganz langsam rein plumpsen oder was? Nochmal die ganze Kacke hier, Alter. Ja. Reg mich auf. Ich würd' ich das hier zickzack durchschauen, aber nein. Ach, fickt euch doch. Was ist das denn hier? Scheißleiter, Alter. Kannst man auch mal ändern, da wird man nicht mal von den Scheißdingern abrutscht, ey. Ja, genau. Ich hab das ja nur gemacht wie genauso eben, aber nein. Wieso denn auch? Jawoll. Wieso nicht gleich nach unten? Finde ich auch ganz klasse, weißt du? Kann ich wieder von da vorne anfangen und wieder diese Kack, diese zwei Kack-Sprünge machen. Ja, wie findest du das? Scheißleiter, Alter. Findest du toll, ne? Ich weiß. Was ist denn das? Mann! Voll behindert. Ich schw... Hm, ich sag's hoffentlich mal. Oh, nö, ey, komm hier. Lass mich doch runterfallen. Hier, komm, ich springe selber. Mein Gott, was ist denn das? Kann ja nicht wahr sein, ey. Jetzt kommen wir in die scheiß Nacht, Alter. Tagesrhythmus, ey. Wer braucht den Scheiß? Betten sind auch nur gut als Spawnpunkt, ey. Oh, nö, komm hier, ey, komm hier. So. Kannst du das mal klappen? Ja, endlich, danke. Ja, endlich. Nein, spring doch! Boah, ich rechse mir gleich die Haare aus, ey. Kann ich die Kerke wieder machen, ey. Ich gehe gleich Game Mode und feck ich diese Sprünge, ey. Mann, ey. Was ist das denn? Wofür ist eigentlich die Leiter da, wenn man das auch so schaffen kann? Was ist das? Wirklich, was ich in der Höhe? Was ich in der Höhe? So. Aha. Boah, ist das ne Kack hier, ey. Boah, endlich. Jetzt kommen hier wieder solche Sprünge, ey, nee. Boah, scheiß die Wand an. Ich wusste es, ich wusste es, war kacktisch, scheiße. Boah. Ist ja nicht zum Aushalten, ey. Mir dröhnt schon der Kopf in diesem ganzen Schrein und so, weil diese scheiß Map aufregt. Gott, ich hab mir die eigentlich ein kleines bisschen einfacher vorgestellt. Diese Gems are very hard, but everyone is possible. Ja, was auch möglich ist, ist vielleicht nur ein Ding. Komm, ich lasse es lieber, ey. Jetzt hol ich mir noch irgendwie so eine Strafe ein oder so. Und nochmal und links und rechts und links. Dann springen wir einmal links um die Ecken und dann rechts. Hui. Dann springen wir einmal rechts um die Ecke und gehen an die Leiter. Oh Gott, es klappt ja auf einmal. Oh Gott.